So liebe Leute, in diesem Video gibt es eine erste kleine Hilfe für die neue Excel-Tabelle beziehungsweise LibreOffice-Tabelle für Food Control, weil ich ja gesagt habe, ich wollte das Ganze auch auf Mac bringen, weil Excel nicht auf Mac ordentlich funktioniert und heute könnt ihr zumindest schon mal die erste Version dieser Tabelle auch ordentlich nutzen. Ich benutze die ja eigentlich schon seit Monaten, wie ihr schon gesehen habt, die Excel-Tabelle eigentlich gar nicht mehr und deshalb denke ich mal, kann man die hier ordentlich nutzen. Ich zeige euch natürlich gleich auch nochmal, was die Unterschiede sind zur Excel-Tabelle und wie man die Tabelle jetzt nutzen soll. Das ist also ein Hilfe-Video. Ihr findet auch unten in der Videobeschreibung natürlich entsprechend dann bestimmte Timelines hier, wo ihr die Sachen sehen könnt. Erstmal so eine kleine Übersicht, was ist die Tabelle, warum benutze ich sie und was ist der Vorteil vielleicht darüber gegenüber anderen Tabellen oder Programmen oder wie auch immer. Und wenn man im Internet mal guckt, gibt es natürlich auch viele Programme auf dem Handy, FTDB, MyFitnessPal und so weiter und so fort. Da ist es aber meistens auch so, dass man für die grundlegenden Sachen, für Kalorien, für Makronährstoffe das auch nutzen kann. Und mir persönlich ist das am Handy aber immer ein bisschen zufriedenlich, da die Zahlen einzutippen und ich arbeite nicht gerne am Handy, sondern lieber am PC. Dann ist es so, dass die Nährstoffe, Vitamine, Mineralstoffe bei vielen eben auch kostenpflichtig sind und umso mehr man sehen möchte, umso teurer wird es dann. Dann bezahlt sie eben 5 Euro im Monat und das ist dann eben, ja, wenn man das über Jahre nutzen will, summiert sich das Ganze natürlich auch ein bisschen auf. Diese Tabelle hier, die könnt ihr eben einmal kaufen und habt dann auch alle weiteren Updates, die in Zukunft kommen, dann kostenlos mit drin. Das heißt, der Download-Link, ich gucke, dass ich das so einrichte bei Digistore, wird immer bestehen bleiben und ihr könnt immer von da dann auch die aktuellste Tabelle herunterladen und wenn irgendwas nicht klappt, immer einfach eine E-Mail schreiben, dann geht das auch. So, weiterer Punkt hier, ich habe jetzt die Produktdatenbank sehr erweitert. Das heißt, ich habe hier auch eine komplette Liste aus Amerika übersetzt. Also es gibt, in Amerika gibt es freie Datenbanken, die man nutzen kann, die man runterladen kann. Auch aus Australien, glaube ich, war es. Ich habe jetzt mehrere Datenbanken, die ich jetzt alle hier, Australien, die ich jetzt alle übersetzt habe, wo ich wirklich lange, lange dran gesessen habe, die Datenbanken entsprechend dann nutzen zu können und euch bereitstellen zu können. Also ihr seht, ich musste alles dann eben auch natürlich automatisch ins Deutsche übersetzen und dann entsprechend auch wieder alles korrigieren, alles umbenennen und das hat mich Nächte gekostet, das alles zu machen. Aber jetzt ist es endlich fertig und ihr habt hier wirklich eine extrem große Datenauswahl drin. Falls irgendwas fehlen sollte, ihr findet hier hinten auch noch komplette Produkte, eine komplette Produktliste. Die könnt ihr dann zur Not irgendwie auch nutzen, aber es ist eigentlich alles drin, was man irgendwie braucht. Und das sind die Produkte. Ihr findet da 1300 Produkte so insgesamt drin, die ich da eingefügt habe jetzt und die ihr dann entsprechend auch nutzen könnt. Was hier auch der Vorteil ist, gerade auch in den amerikanischen Sachen ist, dass die teilweise andere Nährstoffe oder mehr Nährstoffe haben als die deutschen Datenbanken. Das heißt, sowas wie Selen ist in Deutschland nicht drin, aber in Amerika oder Australien ist es drin. Aber einige Sachen auch wieder in Deutschland nicht, aber in Amerika dann oder andersrum. Das heißt, ihr habt hier oben eine ziemlich breite Palette auch an Nährwerten. Also wenn man hier oben guckt, Mineralstoffe ist natürlich alles drin, Kupfer, Selen, Mangan, alles mögliche. Vitamine habt ihr alles Nötige natürlich drin, Aminosäuren auch mit drin und alles weitere, was dann auch noch verfügbar war. Cholesterin, Transfettsäuren, Vitamin D, internationale Einheiten, alle möglichen Dinge, die man sich vorstellen kann. Ob man es braucht, ist immer so eine andere Sache. Ich zeige euch gleich natürlich, wie ich damit arbeite. Was ich eigentlich wollte, warum ich die Tabelle gemacht habe, ich habe nach Ernährungsprogrammen gesucht. Erstmal waren viele davon extrem teuer, wenn die für den PC waren. Das heißt, da kann man schon mal 500, 1000 oder sogar mehr Euro ausgeben, je nach Datenbanklage und nach Funktionen, die das Ding haben soll. Und deshalb habe ich mir irgendwann gedacht, ich baue mir meine eigene Tabelle, wo ich dann alles so mache, um den Workflow zu optimieren, damit ich da schnell mitarbeiten kann, alles innerhalb von ein paar Minuten erledigt habe und damit eben mich auch nicht großartig beschäftigen muss. Das ist ja die Sache, dass ich nicht abends noch eine Stunde dran sitze, alles zu tracken, sondern zack, 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 fertig, Analyse, gut ist. Natürlich bietet jetzt die Tabelle noch nicht ganz so viele automatische Funktionen wie die Excel-Tabelle. Liegt einfach daran, dass ich mich in das LibreOffice, in die Programmierung noch ein bisschen reinarbeiten muss, weil das doch ein bisschen anders geht als eben bei Excel. Das heißt, da wird noch einiges kommen. Aber bis jetzt geht einiges auf jeden Fall semi-automatisch und ich zeige euch hier eben, wie das geht. Ihr könnt ebenso grundsätzlich alles auf einen Blick sehen, das war mir wichtig. Ihr könnt die Produkte auf einen Blick hier suchen. Wenn ihr irgendwas sucht, könnt ihr das hier direkt drin machen. Ihr könnt direkt hier die Sachen übernehmen, die Mengen übernehmen. Habt alles direkt auf einen Blick, alles kommt sofort. Ihr könnt direkt euer Gewicht eintragen, Schritte eintragen, Kalorien durch Sport, die ihr heute vielleicht gemacht habt, könnt ihr eintragen, Notizen zum Tag, alles. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt sogar eigene Sachen eintragen, die dann entsprechend übernommen werden. Das war mir wichtig, dass man dann alles sieht, auch optisch hier oben. Die Verteilung, auch alles farblich hier. Wie sieht es aus mit den Vitaminen? Habe ich alles abgedeckt oder nicht? Das erstmal zur grundlegenden Sache der Tabelle. Die Tabelle ist dann eben für Leute interessant, die einfach mal ein Gefühl dafür bekommen möchten, ob ihre Ernährung insgesamt gut gestaltet ist oder ob ihre Ernährung vielleicht doch noch irgendwo Nachholbedarf hat. Wenn ich jetzt sage, ich trinke am Tag irgendwie nur einen Liter Eierlikör, dann sehe ich schon, dass einige Nährstoffe vielleicht ein bisschen unterversorgt sind und dass ich da vielleicht doch mal ein bisschen was anderes machen sollte. Und dafür ist die Tabelle da. Die Tabelle ist nicht dafür da, um euch verrückt zu machen. Es ist auch so, dass einige Nährstoffe, wie gesagt, in der amerikanischen Datenbank eben auch nicht vorhanden sind oder nicht ausreichend bei jedem Nahrungsmittel vorhanden sind. Bei Fleisch wird zum Beispiel kein Vitamin C mit angegeben und so weiter. Das muss man berücksichtigen. Deshalb nicht verrückt machen lassen, sondern gucken, stimmt die grobe Richtung oder nicht? Und dann passt das Ganze. So sieht das Ganze aus. Und ich kann dann über die Zeit gucken, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Gerade für Leute, die auch abnehmen wollen und ein Gefühl dafür bekommen möchten, wie viele Kalorien nehmen sie eigentlich auf, wie viele Kalorien verbrauchen sie und können dann später analysieren, anhand ihres Gewichtes geht das Ganze eher nach unten tendenziell, geht das Ganze tendenziell eher nach oben und dann kann man die Ernährung entsprechend anpassen. Das erstmal grundlegend zur Tabelle und jetzt gehen wir zu Einzelheiten, was es hier so geboten, was ihr geboten bekommt. Also fangen wir mal hier oben an mit HRV, Blutdruck, Gewicht. Das sind so Messdaten, die ihr reinschreiben könnt. Und zwar Gewicht natürlich ganz klar, ist ganz einfach gestaltet hier. Ihr schreibt hier das Datum hin, das Gewicht, den BMI, der wird automatisch dann berechnet und das Ganze hier entsprechend auch abgetragen. Jetzt ist es so, dass die Programmierung noch ein bisschen auf sich warten lässt. Das heißt, ich muss einiges ein bisschen manuell machen. Ich habe jetzt hier schon einen Knopf drin mit neuer Zeile, denn man muss immer in LibreOffice, damit das übernommen wird später, in der Grafik zum Beispiel, muss man die Tabelle hier, die jetzt hier Gewicht, wenn wir uns das angucken, Tabelle Gewicht, das ist die markierte Tabelle Gewicht mit dem Namen. Wenn man diese jetzt erweitern möchte, geht es nicht, wenn ich hier drunter jetzt einfach das runterziehe, dann ist das nicht automatisch erweitert. Ihr seht das hier, zack, der Bereich ist nicht erweitert, wenn ich das einfach runterziehe. Ich muss in LibreOffice das markieren und muss dann sagen, eine Zelle oberhalb einfügen. Zack. Dann übernimmt er hier die Formatierung aus der Zelle von oberhalb oder ich kann auch sagen, andersrum geht es natürlich auch, ich kann auch hier sagen, Zelle unterhalb einfügen, dann übernimmt er das auch von oben. Erst dann, wenn ihr das macht, mit der Zeile einfügen, erst dann ist, wenn wir uns das angucken, ist hier, wenn er das gespeichert hat, Moment, ist hier dieser Bereich eben auch ordentlich erweitert mit dem Gewicht. Jetzt muss ich immer wieder runtergehen, weil er oben anfängt. Seht ihr, dann ist das erweitert. Und das ist eben eine Sache, die ich dann noch programmieren muss. Aber bis jetzt geht es. Wenn man hier oben jetzt klickt auf neue Zeile, dann macht er diesen Schritt automatisch und fügt diese neue Zeile einfach automatisch unten rein und erweitert den Tabellenbereich. Dann zieht ihr einfach nur das Datum weiter runter, BMI runter und könnt dann weiter auf, euer Gewicht hier eintragen und fertig. Das ist die wichtigste Grundeinstellung, die ihr im Kopf haben müsst, wenn ihr mit LibreOffice arbeitet, dass wenn Bereiche erweitert werden sollen, Tabellen erweitert werden sollen und die Daten auf dem Grafik abgetragen werden sollen, müsst ihr immer Tabelle unterhalb oder Zeile unterhalb, oberhalb oder Spalte rechts, links eben dann machen. So, das grundsätzlich dazu. Damit das funktioniert, mit der Spalte einfügen, müsst ihr auch noch in den Optionen, das werde ich aber auch nochmal dazuschreiben, müsst ihr unter LibreOffice Calc hier, müsst ihr hier bei, allgemein ist das, Bezüge beim Einfügen von Spaltenzeilen an deren Rändern ausdehnen und dann funktioniert das Ganze auch. Das heißt, dass man hier diese Felder eben auch aktivieren sollte, Formatierung ausdehnen, dann passiert nämlich genau das, wenn ich eine Zeile einfüge, erweitert er diesen Bereich und fügt dann entsprechend auch die Formatierung und den Bereich aus. Das ist wichtig. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie LibreOffice hier eben dann arbeitet. Wenn irgendwas nicht funktioniert, habt ihr diesen Bereich nicht erweitert. Ja, das könnt ihr dann aber auch ganz einfach manuell machen. Ihr geht hier auf Tabelle Gewicht zum Beispiel. Den Bereich, wenn ihr seht, das geht nicht bis ganz unten hin, dann könnt ihr das auch ändern hier. Tabelle Gewicht und dann könnt ihr hier erweitern auf 605 oder bis wohin ihr das erweitert haben wollt. So, aber ansonsten, wie gesagt, das hört sich jetzt alles kompliziert an, aber ich denke mal, das ist verständlich gewesen, was ich jetzt grundlegend Wichtiges dazu sagen wollte. Gleiches habt ihr dann eben auch beim Blutdruck. Blutdruck ist auch hier schön abgetragen. Könnt ihr gucken, ob euer Blutdruck nach oben geht, nach unten geht, wie der sich so generell entwickelt. Dann habt ihr den Ruhepuls hier noch mit dabei, weil die meisten Blutdruckgeräte, die machen eben auch den Ruhepuls systolisch, diastolisch. Ich setze mich meistens morgens immer hin, mache ganz kurz die Messung, mache die Tabelle an, drücke dann hier auch wieder auf neue Zeile. Zack, dann kommt das Datum hier unten erweitert. Trag meine neuen Daten hier ein und fertig. Das war es dann eigentlich schon. Mehr mache ich dann nicht. Ihr könnt auch, wenn ihr öfters am Tag messt, könnt ihr auch morgens, mittags, abends und dann eine Summe daraus bilden. Einen Durchschnitt könnt ihr auch machen. Ihr könnt hier so ein paar Daten sehen. Kein Problem. Aber so kann man damit arbeiten. Man kann zwischendurch mal gucken, ob das Diagramm jetzt erweitert oder nicht. Manchmal spinnt LibreOffice da noch so ein bisschen. Da muss man eben hier auch mal ein bisschen gucken. Da arbeite ich auch noch dran. Aber so kann man das dann auch optisch sehen, wann der Blutdruck so nach oben geht, wann er nach unten geht, an den Farben. Genau das Gleiche. Wer es nutzen möchte, machen vielleicht die wenigsten unter euch. Die HRV-Messung ist eigentlich genau das gleiche Prinzip. Ihr geht nach unten, neue Zeile drunter oder erweitert halt den Bereich hier mit neue Zeile darüber drunter einfügen. Zieht das Ganze runter. Auch hier die nächsten beiden, weil das automatische Formeln sind. Einfach runterziehen. Hier ist die Formel für HRV drin. Und dann könnt ihr damit so arbeiten. Also ganz einfach dann auch in der Hinsicht. Ihr seht auch immer hier die letzten Daten. Also das letzte Protokoll, was hier dann ist. Die letzten HRV-Daten. Da ist jetzt ein Fehler drin, weil ich da unten eine leere Zeile drin habe. Aber sonst seht ihr die letzten Daten auch immer hier. und gut ist. Also HRV, Blutdruck, Gewicht. Das sind so Tracking-Daten, die man täglich nehmen kann. Messen. Da könnt ihr auch eure Umfänge messen. Also Oberarm, Unterarm, Bauch, Oberschenkel, was auch immer ihr messen wollt. Das könnt ihr hier machen und hier entsprechend eintragen. Hier natürlich genau das gleiche Prinzip. Neue Zeile. Eintragen. Fertig. Hier Körperfettmessung mit einem Kalipper. Könnt ihr eintragen, wie viele Millimeter das sind. Könnt euch natürlich dazu auch noch schöne Grafiken dann anzeigen lassen, wenn ihr wollt. Aber so ist das ja auch schon mal eine gute Entwicklung. So. Das zu den Tracking-Daten erstmal grundsätzlich, was man hier in Rot dann von seinem Körper eben messen kann. Als nächstes so für Training und so weiter auch noch so ein bisschen was mit drin. Einmal hier Krafttraining, wo man so ein bisschen planen kann, wenn man sich einen kleinen Trainingsplan machen möchte oder so, kann man das hier vielleicht schon mal so ein bisschen machen. Da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Ich habe hier eben verschiedene Sachen. Wenn ich jetzt Beine trainieren möchte oder so, kann ich mir was aussuchen. Ich möchte das am Kabelzug machen. Ich möchte die Hüfte machen und kann dann hier was aussuchen. Kann ich auch so ein bisschen was hier schön machen. Kann ich mir einen kleinen Trainingsplan machen. Wie viele Sätze? Drei Sätze mit 20 Wiederholungen und was weiß ich, 55 Kilo. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Das ist nicht ganz so wie in der Tabelle damals, wo man dann eben auch noch so einen Plan daneben hat. Das wird noch kommen. Da arbeite ich gerade noch ein bisschen dran, aber kann man schon nutzen. Wenn man hier neue Übungen zufügen möchte, kann man das unter Sportübungen hier und kann hier entsprechend erweitern. Aber ich denke mal, das erledigt sich dann von selber, wenn man das sieht hier. Ganz einfach. So, Training. Hier könnt ihr Training planen. Für Laufzeiten, für Laufsport habe ich hier unten auch noch Laufzeitenberechnungen könnt ihr auch noch machen, wenn ihr wollt. Aber wirklich nur wichtig für die Läufer halt unter euch. Damit könnt ihr halt alles machen. Ich habe es da gehabt, deshalb habe ich es mit reingepackt. Euer Training und so weiter könnt ihr hier planen. Das heißt, hier habt ihr hier oben eure Minuten am Tag mit drin. Hier habt ihr eure Blöcke mit dem Training. Das sind so Templates, Trainingsvorlagen, die ihr euch natürlich selber anpassen könnt und könnt das dann einfach hier unten raus kopieren und könnt das hier oben einfügen. Könnt euer Training so schön planen damit, wie ihr das machen wollt. Wenn ihr es doch nicht gemacht habt, könnt ihr es auch einfach wieder rauslöschen. Kopiert ihr einfach hier die Spalte mit der Zeit, die Spalte mit der Übung, überschreibt das Ganze, ist der GV, fertig. Ja, ihr könnt es dann zwischendurch mal hier noch ändern und so weiter und so fort. Also ihr könnt da wirklich alles mit machen, so Trainingsplanung oder auch generell, ihr könnt natürlich hier unten auch noch irgendwas Neues hinmachen und sagen, hier Arbeitszeit oder so Arbeit. Könnt das noch farblich anders machen, könnt die Arbeit noch mit einplanen, alles was ihr wollt. Ist mit dabei, ist auf jeden Fall eine gute Sache, nutze ich auch als Trainingsplanung oder als Tracking von meinem Training, damit ich mal so weiß, wie viele Minuten ich dann pro Tag oder pro Woche hier mit verbringe. Auch eigentlich eine sehr einfache Sache. So, das waren die beiden Sachen. Training auch ein bisschen mit drin, damit man ein bisschen planen kann, auch wenn es eine Ernährungstabelle ist. Ich mache auf jeden Fall immer sehr viel auch noch mit Sport natürlich mit rein, weil Sport mit dazu gehört. Weiter, jetzt kommen wir zu so ein paar Kleinigkeiten noch, was mit dabei ist, bevor wir zum Hauptteil kommen. Ich habe natürlich auch solche Sachen drin, wie hier unten die E-Nummern. Wer nach E-Nummern sucht, der kann hier auch gucken. Ich werde auch noch die Glückstabelle, die glykämische Last mit reinpacken. Dann gibt es hier auch noch so ein kleines Tagebuch, was man sich so führen kann. Je nachdem, wie intensiv ihr das machen wollt, also wie genau, also nach Zeiten oder einfach nur den Tag, könnt ihr hier euch selber ein bisschen was zusammenbasteln, wenn ihr wollt. Ich habe es zum Beispiel jetzt so gemacht, deshalb lasse ich das dann drin, dass ihr das dann einfach so übernehmen könnt. Oder ihr macht es halt so, dass ihr ein Datum habt hier oben, zack, dann braucht ihr die Zeit nicht und schreibt einfach zum Tag was hin und fertig. Ja, und dann habt ihr so ein kleines Tagebuch auch, finde ich auch immer sehr wichtig. gerade wenn ihr natürlich irgendeinem Ernährungsberater oder Trainer dann etwas schicken wollt, dann kann der sich daran sehr gut orientieren und ich kann auch immer wieder zurückgucken, aha, an dem Tag ging es mir so und so und so. Dann kann ich das auch mal ein bisschen genauer hier machen, wenn ich die Zeit dafür habe. Wenn ich nicht die Zeit dafür habe, sowas so genau zu machen, so ein Tagebuch, schreibe ich es auch meistens hier in die Notizen rein. Dann schreibe ich eben hin, 5 Kilometer morgens, dann arbeiten, dann 100.000 Meter schwimmen oder so und abends feiern oder sonstige Dinge. Dann habe ich das hier in den Tagesnotizen drin und die werden auch automatisch mitgespeichert, je nachdem, wie genau man das machen möchte. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die noch mit dabei kommen, also E-Nummern, Tagebuch. Ihr findet dann immer so ein paar Kleinigkeiten hier unten, die eben dann noch mit reinkommen. Und jetzt fangen wir an mit dem richtigen Arbeiten. So, wenn du die Tabelle jetzt bekommst, dann ist die natürlich erstmal leer. Das Einzige, was drinstehen wird, ist wahrscheinlich das Gewicht hier. Einfach nur, um was drin zu haben, damit hier nicht überall ein Fehler auftaucht. So, dann gibt es hier am Anfang die Grundwerte. Die Grundwerte musst du natürlich eintragen. Du solltest hier eintragen, ich bin weiblich, ich bin männlich. Vorsicht hier, nicht, dass er automatisch hier MW übernimmt, sondern nur das M. Daraus natürlich dann das Alter hier eintragen. Also alle gelben Felder sind in der kompletten Tabelle immer dafür da, um da was einzutragen. Gelb bedeutet also immer, da was eintragen, außer dieses hier. So, dann gebe ich hier mein Alter ein, meine Größe ein, mein PAL-Faktor. Das steht hier. Je nachdem, wie aktiv ihr auf der Arbeit seid, könnt ihr das so anpassen. Wenn ihr meistens so eine Diät machen wollt oder so, dann gebe ich auch meistens mal 1,2 oder 1 an, um das Ganze ein bisschen zu reduzieren. Dann passt das aber auch. Dann habe ich hier zwei Formeln, die ihr mal miteinander vergleichen könnt. Ja, es sind zwei unterschiedliche Formeln. Ich übernehme diese Formel hier, weil die dann auch etwas neuer ist und auch Leute berücksichtigt, die stärker übergewichtig sind. Da gibt es schon einige Unterschiede hier. Also, dann wisst ihr Bescheid. Ihr könnt natürlich auch einen Mittelwert nehmen, wie es euch passt. Das Gewicht wird automatisch übernommen, von hier, weil sich das ja täglich ändert. Ich fange dann an mit 80 Kilo beispielsweise. Dann habe ich eben, wenn ich dann hier gucke, mein Bedarf sind 2047 Kilokalorien. Wenn ich jetzt aber irgendwann 75 Kilo wiege, ist mein Bedarf nur noch bei 1980 Kilokalorien. Und deshalb wird das immer aktualisiert. Hier Gewicht auf der Hauptseite und fertig. Deshalb steht das dann hier drin. So, dann kann ich noch einige Dinge sonst eintragen. Am Anfang, ich kann hier meine maximalen Kohlenhydrate eintragen. Ja, wenn ich jetzt eine sehr leichte Frau zum Beispiel bin, ich mache kaum Sport am Tag, ich möchte mich ketogen ernähren, dann trage ich hier beispielsweise 20 Gramm Kohlenhydrate ein. Das hat dann Auswirkungen hier oben auf dieses grüne Feld quasi. Wenn ich jetzt hier, nehmen wir mal irgendwas mit Zucker. Was haben wir denn hier? Frikadellen zum Beispiel. Speicher gerade wieder 5, 5, 3, 8. Nehme ich mal 300 Gramm Frikadellen. Dann seht ihr, die Kohlenhydrate werden jetzt natürlich drüber, weil in den Frikadellen eben auch dann Weißmehl oder Weizenmehl oder sowas vorhanden ist. Und wenn ich jetzt ein Mann bin, der ein bisschen Sport macht, der kann auch 50 Gramm Kohlenhydrate vertragen, dann wäre das hier noch grün. So, das kann ich hier ändern. Dann kann ich meinen Proteinbedarf noch ändern, wenn ich das möchte. Ich kann hier oben eintragen, bei mir habe ich jetzt 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also hier diese 2 mal mein Gewicht am Tag, habe ich jetzt hier als Wert eingetragen, den ich erreichen möchte. Da seht ihr, bin ich noch nicht drin. Wenn ich jetzt stark übergewichtig bin, ich wiege beispielsweise also 100 Kilo, dann reicht natürlich auch ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, dann habe ich eben nur 62 jetzt in meinem Fall, aber wenn ich jetzt 100 wiege, dann auch 100. Und so kann ich das anpassen, wenn ich jetzt extrem viel Sport mache. Ich bin in einem extrem großen Defizit, nehme ich lieber 2,5. Dann habe ich eben das Protein, was ich erreichen möchte. So habe ich schon mal die grundlegenden Daten, was dann für mich passend ist, dass ich das Ganze individuell auch gestalten kann, eben hier eingetragen und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, denn viel ändern muss ich jetzt auch nicht mehr an der Tabelle. So, nachdem ich die grundlegenden Einstellungen gemacht habe, fange ich jetzt an mit dem Tracken. Das heißt, ich mache es entweder so, dass ich das den Tag schon vorausplane in irgendeiner Weise oder ich mache es so, dass ich mir die Sachen kurz aufschreibe und dann abends eben übertrage oder die Tabelle kann man ja auch mit LibreOffice als Portable-Version nutzen. Man kann sie auf den USB-Stick packen und natürlich dann auch unterwegs mitnehmen. Man kann natürlich auch die Tabelle, so mache ich es auch, über Dropbox synchronisieren. Dann habe ich die auf mehreren PCs. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Laptop nach Mallorca fliege, ist die Tabelle, genauso wie ich sie hier an meinem PC gespeichert habe, auch auf dem Laptop dann über Dropbox synchronisiert. So kann ich das machen. So, jetzt fange ich an. Jetzt sage ich, ich esse morgens irgendwie Leber, Geflügelleber oder sowas. Dann kann ich hier nach Leber suchen in den Produkten und bekomme hier alle Leberprodukte eben aufgezeigt und habe hier die Hähnchenleber und dann nehme ich hier die 209. 209 und dann habe ich 200 Gramm und das war's. Also so schnell geht es dann eben mit der Tabelle zu arbeiten. Dann habe ich noch ein paar Eier dabei, dann gebe ich einfach schnell an Eier, das sind dann 103. Ein Ei sind bei mir ungefähr 60 Gramm, das wiegt man halt einmal ab, so ungefähr und dann weiß man das auch für immer. So, dann nehme ich irgendwie 5 Eier, das sind dann 300 Gramm, fertig. Und das geht eben blitzschnell und deutlich schneller, als wenn ich das irgendwie am Handy tippen würde oder irgendwie anders noch machen würde. Deshalb habe ich das so gemacht. So, ich kann natürlich auch, wenn ich möchte, mir ein bisschen was suchen, was mir gerade irgendwie so passt, dann gucke ich hier in der Gruppe. So, ich möchte jetzt heute ein bisschen Fisch essen. Zack. Dann wähle ich hier den Fisch aus. Zack, okay. Habe ich hier alle Fischsorten drin, die in der Tabelle drin sind. Es können aktuell auch noch doppelte Sachen drin sein. Da ich das aus verschiedenen Datenbanken jetzt zusammengewürfelt habe, ist es so, dass ich hier einige Dinge mit einem X noch markiert habe. Wenn die Sachen doppelt drin sind, wie zum Beispiel hier Thunfisch, Thunfische, nehmt die Sache, nehmt erstmal das ohne das X. Weil die mit dem X, das ist aus einer Datenbank, die etwas weniger Nährstoffe hat als die ohne X. Die werde ich noch rauslöschen im Laufe der Zeit, aber für jetzt sollte das, glaube ich, erstmal reichen. Es sind nicht so viele Doppelte. Also, nehme ich dann den Thunfisch 471. Ich kann jetzt aber auch gucken, ich möchte gar keinen Thunfisch, ich möchte fettreichen Fisch essen. Dann gehe ich hier in die Zeile mit dem Fett, markiere hier einfach irgendeine Zahl, egal wo, Hauptsache ich bin in der Spalte mit dem Fett und kann jetzt hier oben sortieren, absteigend sortieren, aufsteigend sortieren. Falls das nicht angezeigt wird, kann man sich auch die Symbole hier anpassen und anzeigen lassen. Da müsst ihr mal gucken, wo die hier sind. Dann sortiere ich das hier entsprechend absteigend nach Fett und dann kann ich gucken, okay, Seeteufel habe ich jetzt vielleicht nicht gerade drin, aber Sardellen oder sowas, das könnte ich kriegen. Makrele könnte ich vielleicht kriegen, alles gut, dann kann ich mir das hier einfügen. Also Makrele ist hier auch wieder doppelt, nehme ich erstmal die 140 und in so einer Packung, was weiß ich, sind 250 Gramm drin, 250 Gramm Makrele und gut ist es. So, jetzt gucke ich hier oben in die Liste und sehe, okay, meine Kalorien stimmen, meine Kohlenhydrate stimmen, mein Protein stimmt noch nicht so ganz, ich bin jetzt schon ganz zufrieden damit, das passt eigentlich grundsätzlich, jetzt fehlen mir noch irgendwelche andere Nährstoffe. Jetzt fehlt mir zum Beispiel Kalium, das fehlt mir dann auf Dauer, weil ich dann auch hier im Durchschnitt, also auf Schnitt kann ich mir den Durchschnitt angucken, was ich über die letzten 5 Tage, 20 Tage gegessen habe und sehe dann beispielsweise Kalium war bei mir vielleicht ein bisschen zu wenig, würde ich gerne ein bisschen mehr haben. Dann kann ich auch ganz einfach hier unten in die Analyse gehen, hier unten Analyse, gehe dann hier in das Feld mit Kalium und sortiere mir das eben hier auch, also absteigen, sortieren. Dann habe ich alles geordnet nach Kalium. Dann gucke ich ein bisschen durch, okay, Paprika getrocknet oder so, macht jetzt keinen Sinn da so ein paar Gewürze zu nehmen, ganz logisch. Ich könnte natürlich auch eine Elektrolytetablette nehmen, aber das wäre jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern gucke dann eben durch, ich könnte jetzt Buttermilch zum Beispiel nehmen, ich könnte auch irgendwas mit Sojamehl backen oder so, ich könnte aber auch Kakao nehmen, nehme ich doch Kakao. Jetzt habe ich Kakao, könnte ich ein bisschen Kakao nehmen, such dann hier, muss ich das erst wieder aktivieren und dann suche ich nach meinem Kakao und dann kann ich mir damit eben auch ein schönes Getränk machen und habe das Ganze dann auch wieder aufgefüllt. Also hier 229 mache ich 25 Gramm Kakao, mache ich mir irgendwas damit, zack, dann habe ich eben hier auch schon mal wieder ein bisschen mehr Kalium und kann mir das Ganze dann so halt ein bisschen zusammenbasteln, wie es dann eben passt. ein bisschen hochprozentige Schokolade oder ein paar Bohnen oder sonstige Dinge dabei, dann passt das Ganze ein paar Pistazien zum Beispiel und so kann ich mir dann Pistazien und kann mir das Ganze dann eben so zusammenbasteln, wie ich das möchte, 366, 100 Gramm Pistazien oder so, zack, dann sieht das Ganze schon mal viel besser aus. Dann esse ich zu einem Steak oder so oder zu Leber esse ich noch ein bisschen, was nennen wir denn, Spinat. ist immer eine gute Sache Spinat zu nehmen, 4, 5, 8, 300 Gramm Spinat, zack und dann haben wir alles grün. So könnte das aussehen und dann habe ich auch meine Kalorien ordentlich gepasst, hier angepasst und wenn man jetzt eben sieht, ich bin ein bisschen drüber mit den Kalorien, bei mir würde das jetzt nichts ausmachen, aber wenn euch das dann stört, könnt ihr natürlich gucken, okay, ich esse vielleicht eine Handvoll weniger Pistazien, dann passt das und so kann man eben sich langsam dran gewöhnen, welche Mengen sind denn ungefähr nötig, um die Kalorien zu decken, welche Kombinationen aus Nahrungsmitteln sind nötig, um entsprechend vielleicht alle Nährstoffe abzudecken und ihr seht hier, ich habe mit einem voll ketogenen Plan, also mit gerade mal 30 Gramm Kohlenhydrate meine Proteine abgedeckt, überhaupt gar kein Problem, ich habe alle Nährstoffe abgedeckt und das wäre jetzt zum Beispiel ein toller ketogener Tag, ja, also so kann man das Ganze ohne Probleme machen, wenn es mir immer noch zu viele Kohlenhydrate sind, haue ich eben noch ein paar Nüsse raus und noch irgendwie ein bisschen mehr Eier oder was rein, zack und dann, ne, je nachdem wie man sich das zusammenbasteln möchte, so, arbeitet man grundsätzlich damit, jetzt kommen wir dazu, was ich noch dann eintragen kann am Tag, ich kann dann, wenn der Tag zu Ende ist, ich habe hier meinen Tag jetzt fertig, ne, alles gegessen, alles toll, kann ich jetzt meinen Sport, meine Kalorien beim Sport, trage ich hier noch ein, muss man natürlich alles nicht, aber Kranken sollte man machen, denn dann bin ich jetzt natürlich auch noch wieder 600 Kilokalorien weiter runter bei meinem Bedarf, das kommt immer mit dazu, ihr seht hier, jetzt bin ich bei einer Verteilung von 63%, ja, das heißt, aus dem Essen, mit dem Essen würde das eine Verteilung von 56% sein, ich mache das mal eben deutlicher, indem ich die Pistazien hochziehe, so, jetzt bin ich bei 59%, ich bin, habe überkalorisch gegessen, mein Fett kommt nur aus dem Essen, nicht zusätzlich aus dem Körperfett, ja, wenn ich jetzt aber natürlich unterkalorisch bin, das heißt, ich habe jetzt noch für 1000 Kalorien Sport gemacht, zack, ich esse natürlich das gleiche, ich bin im Defizit 850 Kilokalorien und diese 95 Gramm Fett, die kommen jetzt aus meinem Körper, das heißt, diese 30,2% Fett kommen zusätzlich noch aus meinem Körper zum Essen dazu und insgesamt bin ich dann bei 71% Fett, ich hoffe, das war jetzt verständlich, weil ja viele immer danach fragen, wie ist das, wenn ich das natürlich lösche, bin ich nur bei 59%, aber nicht im Defizit, okay, also, das müsst ihr immer dazu berechnen, deshalb wird das hier mit reingenommen, so, dann habt ihr das Ganze mit um, was weiß ich, anderthalb Stunden Sport gemacht, 90 Minuten Sport, ihr habt am Tag, wenn ihr wollt, ihr müsst natürlich nicht alles trecken, aber die Möglichkeit ist da, ihr habt eure 14.000 Schritte gemacht und ihr schreibt ein paar Notizen hier rein, so, halb Marathon gelaufen, gut gefühlt, ihr könnt Wetter noch reinschreiben, war warm oder wie auch immer, fertig, ne, und dann habt ihr euren Tag eigentlich schon fertig und müsst nicht mehr viel machen. Jetzt kommen wir dazu, das Ganze auch zu protokollieren, wir haben jetzt alle unsere Daten hier eingetragen und können das jetzt ins Protokoll übernehmen und damit natürlich auch dann gucken, ob wir über die Zeit alle Nährstoffe aufnehmen oder nicht. Hier ist das Protokoll hier unten und hier ist es jetzt so, dass ich jetzt genauso wie beim Gewicht erstmal, damit das Ganze funktioniert, hier unten die Zeile wieder erweitern muss. Das heißt, ich muss hier wieder eine Zeile oberhalb einfügen, damit das Ganze erweitert wird und jetzt schnappe ich mir hier diese Zeile, die aktuelle, Protokoll erstellen, einfach Zeile 4 kopieren und mit neuer Zelle, also das ist jetzt nicht mehr Zeile 4, werde ich noch ändern, ihr könnt das hier jetzt kopieren, die Zeile 10, zack, und fügt das hier unten dann in die leere Zeile als unformatierten Text ein, zack, und schon habt ihr das drin. Also mehr ist das gar nicht, so kann man das eben schnell übernehmen. Das mit der neuen Zeile hier und Tag einfügen klappt leider noch nicht so ganz, er macht zwar hier eine neue Zeile, aber ihr müsst dann auch immer wieder zurück, ich werde daran noch ein bisschen arbeiten, aber so funktioniert das schon mal ganz gut. So, dann habt ihr das im Protokoll drin, dann könnt ihr, wenn ihr das da drin habt, könnt ihr das einfach hier auch mal nachgucken über die Zeit, ihr könnt hier eure Kalorien, wenn ihr das mal aktualisiert, könnt ihr über die Zeit, die Kalorien auch im Auge haben, ihr könnt gucken, ich habe so und so viele Kalorien verbraucht, ich habe so und so viele Kalorien gegessen, wie korreliert das mit meinem Gewicht? Ja, wenn ihr das ordentlich eingetragen habt, könnt ihr sehen, mein Gewicht geht drunter, mein Kaloriendefizit war die ganze Zeit vorhanden, alles gut. Wenn das Gewicht irgendwie nach oben geht, scheint euer Kaloriendefizit vielleicht nicht groß genug zu sein oder irgendwas anderes nicht zu passen. Ja, das ist die Sache mit der Analyse dann über die Zeit, die ihr mit diesem Protokoll machen könnt und könnt dann immer genau nachvollziehen, was war richtig, was war falsch. Bei der Makronährstoffverteilung sieht es dann genauso aus, wenn ihr einmal aktualisiert, müsste das eigentlich hier auch gehen, dann seht ihr immer hier, anteilig die Kohlenhydrate, anteilig das Fett und anteilig das Protein, was hier dann eben getrackt wird und könnt dann eben gucken, okay, ich habe mich gut an eine ketogene Ernährung gehalten, das war die ganze Zeit dann unter 20% oder unter 10%, je nachdem was euer Ziel ist, das hat funktioniert, mein Gewicht ist runtergegangen, passt, mein Gewicht geht nicht mehr runter, was soll ich ändern, aha, ich habe vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu wenig Protein genommen, anteilig, erhöhe ich das Protein mal wieder oder andersrum, ich habe zu viel Kohlenhydrate oder was auch immer und könnt dann eben auch gucken, visuell, okay, das sieht so aus, als ob das eventuell daran liegen könnte, dann ändere ich das halt mal wieder und versuche da was anderes auszuprobieren, das dazu und dann natürlich der Durchschnitt noch hier, wo ihr über die letzten Tage dann eben auch die ganzen Durchschnittsdaten sehen könnt, okay, ich habe alles abgedeckt, ich brauche mir überhaupt keine Sorgen machen, fertig, ja, dass natürlich hier Wasser drin ist, liegt einfach daran, dass wir jetzt hier kein Mineralwasser oder so getrackt haben, ich kann natürlich auch Wasser tracken, Kranwasser, Mineralwasser, was auch immer, könnt ihr natürlich machen, ich habe heute fünf Liter Wasser getrunken oder so, trackt ihr mit rein, macht manchmal Sinn, weil eben auch im Wasser entsprechend Mineralstoffe enthalten sind, also Natrium oder Zink oder sowas ist in kleinsten Mengen auch vorhanden, ein bisschen Magnesium, ein bisschen Calcium und so weiter ist auch im Mineralwasser vorhanden, deshalb könnte man das eben mit eintragen. So, wenn der Tag vorbei ist, ihr habt jetzt hier alles vollgetüttelt, dann könnt ihr natürlich auch ganz einfach auf Löschen klicken, dann ist zumindest das hier unten gelöscht, dann könnt ihr hier oben das noch rauslöschen, das werde ich auch noch alles erweitern, dass das auch noch gelöscht wird und dann passt das auch. Ihr könnt auch, wenn ihr jetzt schneller arbeiten wollt, das heißt, ihr wollt nicht immer hier in der Liste gucken, ihr habt vergessen, dass die Eier, die 103 haben oder so, wollt nicht immer wieder hier eingeben, dann könnt ihr das auch hier oben machen, wie ich gerade schon gezeigt habe. Also hier sind jetzt die Eier, 103, eine Portion, aha, sind 60 Gramm, habe ich mir gemerkt, also 103, ich habe gerade ein Ei gegessen, passt. Egal ob großes, kleines Ei oder wie auch immer, nehmt als Durchschnitt einfach 60 Gramm oder was auch immer ihr messt. So, das habt ihr hier oben als Schnellzugriff dann eben auch zur Verfügung und den könnt ihr hier unten einfügen. das heißt, hier habe ich dann immer Sachen, die ich öfters esse, die ich vielleicht täglich esse, die eigentlich zu meinen Grundnahrungsmitteln gehören, die schreibe ich dann eben hier rein in diesen Schnellzugriff und der wird dann hier oben eben entsprechend hier so angezeigt und könnt ihr so nutzen, ohne danach suchen zu müssen mit den Portionen. Also wenn ich immer so eine Wiener Wurst habe oder so, die 50 Gramm wiegt aus der Packung, dann habe ich dann eben 50 Gramm und kann dann hier oben deutlich schneller eben mit arbeiten, kann dann einfach die Zahl übernehmen, 4, 9, 3 und 50, zack, passt. So einfach geht's. Deshalb der Schnellzugriff hier, mit dem ihr arbeiten könnt. Ihr könnt auch zusätzlich noch hier eigene Kilokalorien eingeben. Wenn ihr zum Beispiel jetzt einen extrem anstrengenden Tag hattet oder sowas und euer Fitbit oder was auch immer ihr habt für eine Uhr, die zeigt 5000 Kalorien an und ihr wollt diese 5000 Kalorien übernehmen, ihr wisst, der Tag war anstrengend oder ihr habt mal sehr wenig gemacht, könnt ihr das auch eigene hier eingeben, dann werden diese 5000 Kalorien übernommen. Also das sind dann natürlich hier oben die Kalorien, die ich gegessen habe, hier die Kalorien hier vorne, die ich dann eben als Bedarf habe, das wird dann überschrieben von dem Grundbedarf und wird dann hier oben mit zur Berechnung eben rangezogen. So sieht das Ganze aus, kann ich auch machen, also eigene Kilokalorien angeben, wenn ich das möchte, ansonsten automatisch berechnen lassen. Kann ich natürlich auch stehen lassen, wenn ich irgendeine andere Formel nehmen möchte, außer die beiden jetzt da, habt das irgendwie ganz toll mit einem Bio-Scan, nicht mit einem Bio-Scan, sondern mit einem Kalipper-Methode, mit Körperfettanteil oder was auch immer gemessen, dann könnt ihr das so natürlich auch stehen lassen und fertig. Also bleibt euch überlassen, was ihr da tun wollt. Das war es erstmal zu den grundsätzlichen Sachen hier und ich denke mal, damit kann man schon mal sehr schnell arbeiten und hat da auch nicht so viel, ja, so viel Zeit, die man dafür opfern muss. Man kann natürlich auch seine Nahrungsmittel so zusammenstellen, dass man hier beispielsweise sich das Protein so anzeigen lässt und guckt jetzt von oben, ich will heute viel Protein essen, okay, was nehme ich dann? Casein oder so wahrscheinlich nicht, sondern ich möchte was ordentliches essen. Schweinekrusten kann ich natürlich jetzt essen und super, also so kann ich mir dann auch mal durchgucken, was ist denn jetzt sehr proteinreich oder was ist denn jetzt sehr fettreich oder kalorienarm kann ich natürlich auch machen, wenn ich keine Kalorien mehr offen habe, da kann ich mir das einfach so sortieren, okay, da kann ich einen Tee trinken, alles gut oder ein paar Maulbeeren, die haben auch nicht viele Kalorien, das ist alles möglich oder ich nutze eben hier die Analyse, um nach bestimmten Nährstoffen zu suchen, wenn ich sehr selenreich essen möchte oder sowas, dann sortiere ich mir das dann einfach danach und kann dann eben von oben gucken, oh, Rindfleisch, Niere hat sehr viel Selen, wenn ich davon 50 Gramm esse, dann bin ich eigentlich abgedeckt, ja, so kann ich das machen, solltet natürlich immer ein bisschen überlegen, macht das Ganze Sinn, also Sonnenblumenkerne würde ich jetzt nicht dafür empfehlen und Nudeln mit Ei natürlich auch nicht, aber ansonsten kann man natürlich einiges dann raussuchen, was passt. Ja, das ist die grundlegende Arbeitsweise mit dieser Tabelle, eigentlich sollten jetzt auch alle Produkte drin sein, die man so braucht, die man so nutzen muss, kann, wenn noch irgendwas fehlt, gibt es auch online eine Tabelle, den Link findet ihr dann auch mit da drin, in dieser Online-Tabelle gibt es, könnt ihr Wünsche reinschreiben für Nahrungsmittel und könnt die auch direkt dort übernehmen von anderen Leuten, man kann sich auch Sachen selber zusammenbasteln, das zeige ich euch jetzt gleich noch oder ihr guckt halt mal in der amerikanischen Liste hier, ob ihr da noch irgendwie was findet, was euch jetzt völlig fehlt, ja, ansonsten gibt es eben auch die Möglichkeit hiermit auch selber was zusammenzubasteln. Der Import, den kann man, wenn man möchte, kann man sich noch zusammenbasteln, aber die Seite, wo ich das vorher importiert habe, dann semi-optimal hier, die funktioniert nicht mehr richtig, das heißt, die ändern täglich ihr Layout und deshalb werden die Daten auch nicht mehr ordentlich übernommen. Könnt ihr natürlich gucken, ob ihr das nutzen wollt oder nicht, hier seht ihr dann zum Beispiel einen Fehler drin, aber ihr braucht keinen Import mehr, weil eigentlich eine vollständige Liste mit allen Dingen, die man so braucht, jetzt vorhanden ist. Falls doch was fehlt, geht auf den Link auf die Google Sheet-Seite und tragt es dort ein oder fragt danach oder bastelt euch selber was zusammen. Jetzt zeige ich euch mal, wie ihr euch was basteln könnt. So, jetzt wollt ihr irgendwas in der Liste an Produkten drin haben, die da vielleicht doch nicht drin stehen. Irgendwelche Wünsche, irgendeinen Döner oder einen Snickers oder was auch immer ihr da so gefunden habt, es steht nicht hier drin, ihr findet das hier nicht. Okay, was machen wir jetzt? Nehmen wir an, ich habe einen Snickers. So, dann nehmt ihr dieses Produkt, was ihr da habt, egal was für eins, das ist ein Produkt, was ihr irgendwie täglich zu euch nehmen wollt oder öfters zu euch nehmen wollt, das könnt ihr jetzt natürlich auch zusammenbasteln. Dann guckt ihr hinten auf dem Snickers drauf. Pro 100 Gramm, was ist da drin an Nährstoffen, zum Beispiel an Nährstoffverteilungen. Dann gebt ihr das hier ein, was da so drin steht. Da steht wahrscheinlich drin, Zucker an erster Stelle oder irgendwas. So, dann haben wir hier Zuckerrüben, das passt natürlich nicht. Wir nehmen granulierten Zucker hier, 466, 466, nehmen wir erstmal 50 Gramm. So, dann haben wir da hinten wahrscheinlich noch Kakaomasse drauf. Masse, das wird passen. Kakaomasse hier, 528, 528, die haben wir hinten drauf. Was haben wir noch hinten drauf? Da haben wir vielleicht, ja, was kann da drin sein? Dann Erdnüsse, ne, Erdnüsse sind da vielleicht drin. Erdnuss, die mit dem X wollen wir ja nicht. Wir nehmen hier die Erdnüsse geröstet, 116, die nehmen wir dabei. Und da ist wahrscheinlich auch noch Palmöl drin. So, das sind, ich denke mal so, die ersten 5, 6 Zutaten oder so, die auf so einem Produkt draufstehen. Das reicht völlig aus. Dann habt ihr das meiste eben schon abgedeckt. So, dann nehmen wir noch Palmöl, 349, zack. Und jetzt guckt ihr hinten drauf. Sagen wir mal, da steht so eine Nährstoffverteilung von, weiß ich nicht, 50% Kohlenhydraten drauf oder 50g Kohlenhydrate. Dann ist da noch 20g Fett mit drin. Könnt ihr ja hinten drauf gucken. Dann versuche ich mir das selber so ein bisschen zusammenzubasteln. Ihr könnt hier so die Rezeptgeheimnisse dann auch rausfinden, wenn ihr die Verteilungen dann rauskriegt. Also, das erste, was wir aber machen sollten, weil wir jetzt natürlich die Fettverteilung auch hier noch so drin haben, obwohl die brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir können auch einfach auf die Gramm gucken. Aber wenn ihr auf die Verteilung auch achten wollt, dann müsst ihr natürlich hier irgendwie 100kcal eingeben, damit wir nur bei dem Produkt sind. So, dann steht da hinten drauf 20g Kakaomasse, dann sind vielleicht nur 10g Nüsse drin, pro 100g müsst ihr jetzt rechnen. Und 20g Palmöl. So, und dann guckt ihr hinten drauf. Okay, da steht drauf, 500 Kalorien, das passt, steht hinten auf dem Snickers drauf. Da steht drauf, 50g Kohlenhydrate, super, das passt. Da steht drauf, 30g Fett, das passt, und 6g Protein. Ich glaube, das passt sogar wirklich so ungefähr mit dem Snickers. Also, dann habt ihr die Makronährstoffe, die hinten drauf stehen, ordentlich gematcht. Das passt mit den Inhaltsstoffen so ungefähr, wie sie hinten drauf stehen. Die Kalorien passen und dann habt ihr euren eigenen Snickers zusammen gebastelt. Gut, man sieht natürlich jetzt schon mal, dass die Nährstoffe nicht so geil sind. Aber egal, darum geht es ja nicht. Jetzt haben wir unseren 100g Snickers hier zusammen. Ja, so, jetzt geht ihr ins Protokoll. Oben hier unter Produkt erstellen habt ihr jetzt hier dieses Produkt. Und da gebt ihr ein Snickers. Ich weiß nicht, ob ich noch eins habe. Ich gebe einfach mal eins ein. Snickers. So, und das war es eigentlich schon. Ich gebe erstmal die beiden Namen ein. Den Rest brauche ich noch nicht. Dann die Zeile 5 kopiere ich wieder mit SDRG und C. Gehe dann hier unten auf meine Produkte in die letzte Zeile wieder. Mache dann wieder drüber Einfügen. und dann füge ich hier in dieser Zeile unformatierten Text wieder ein. Wenn ich nicht unformatiert wenn ich das einfach einfüge kann ich ja jetzt auch mal machen dann übernimmt er natürlich hier die Zahlen und so weiter das will ich nicht. Also unformatierten Text einfügen und dann sieht das Ganze gut aus. Dann ziehe ich noch mal kurz die Nummer hier weiter runter damit die sich erweitert und das ist natürlich kein Supplement sondern das ist eine Süßigkeit in der Kategorie in der Gruppe soll das dann erscheinen und wenn ich dann hier das Ganze jetzt aufrufe sehe ich den Snickers jetzt noch nicht in der Süßigkeiten Gruppe das erste was ich machen muss ist dann noch aktualisieren und dann finde ich auch hier einen Snickers guck mal ist schon vorher drin gewesen Snickers Mars zack dann kann ich nämlich jetzt immer ohne dass ich immer wieder alles neu zusammenwürfeln muss kann ich jetzt einfach meine 1310 nehmen und meine was hat so ein Snickers 150 Gramm oder so zack dann habe ich das nämlich auch ordentlich und kann dann muss dann nicht immer wieder das Produkt neu zusammen erfinden oder würfeln sondern ihr könnt eigene Produkte entwerfen quasi die ihr nutzt ihr könnt die benennen und ihr könnt die dann auch in diese Online Tabelle gerne mit einfügen ja das heißt dann haben wir irgendwann unsere eigene Lebensmitteldatenbank auch erweitert mit vielen tollen Sachen oder nicht so tollen Sachen aber ihr könnt das auch dann eben weitergeben das finde ich auch eine gute Sache dass man das dann eben so machen kann da macht man es nämlich so dass man dann aus den Produkten einfach hier die Zeile dann kopiert in die Online Tabelle dann eben einfügt und dann kann es jeder nutzen also ich denke mal das ist eine super Sache um da auch auf Dauer eben gut mit arbeiten zu können eigene Produkte rein zu machen und so kann man sehr gut damit arbeiten ja ansonsten denke ich mal habe ich eigentlich alles was wichtig ist hier jetzt gesagt sollte ich irgendwas vergessen haben dann schreibt es mir gerne unten rein ihr findet ansonsten werde ich in der Online Tabelle oder auf der Homepage am besten auf der Homepage auf lowcarbsport.de werde ich oben in die erste Zeile immer wieder reinschreiben ob es irgendwelche Änderungen gab das wird ein bisschen dauern weil ich jetzt auch ein bisschen unterwegs bin ich werde mir aber ein paar Sachen überlegen und ich warte auch gerne auf eure Rückmeldung dass ihr mir Rückmeldung gebt was euch fehlt was ihr noch unbedingt braucht was an ja an Nährstoffen an Nährstoffe kann man jetzt nicht mehr so viel noch zumachen weil das eigentlich alles ist was in den Tabellen drin ist oder an irgendwelchen Nahrungsmitteln Produkten oder sportlichen Sachen was euch fehlt was euch schneller gehen muss was ihr wirklich benutzt jeden Tag Blutzucker zum Beispiel fehlt hier noch den könnte man noch einfügen solche Dinge schreibt es gerne unten rein ansonsten sind so ein paar Sachen drin so Kleinigkeiten mit denen man noch arbeiten kann die ich euch dann jetzt auch noch erzähle ja wir haben ja so ein paar Kleinigkeiten die ihr dann sehen könnt es ist auch immer so dass Omega 6 Omega 3 oder so auch nicht immer bei jedem Produkt angegeben ist das heißt da solltet ihr euch auch nicht immer drauf verlassen aber ihr seht natürlich ein Snickers hat schon ein beschissenes Verhältnis hier oben gibt es auch noch Insuline Kilokalorien das ist für Leute interessant die Low Carb machen wollen Ketogen machen wollen oder vielleicht Diabetes haben die so ein bisschen drauf gucken wollen der Insulin Load mit 568 ist jetzt nicht so geil bei so einem Snickers jedenfalls nicht beim Kilo Snickers esse ich vielleicht nicht gehe ich ein bisschen runter versuche ich unter 100 zu bleiben dann passt das zum Beispiel dann falle ich nicht aus der Ketose solche Dinge kann man hier gucken sind keine absoluten Werte das sind nur Richtwerte mit denen man sich so ein bisschen hier dran orientieren kann wenn man zum Beispiel ein bisschen mehr Sport macht oder so dann hat man da ein bisschen was offen solche Dinge kann man dann nochmal überprüfen und ausprobieren man kann so ein bisschen rumspielen man kann sich natürlich auch alles selber zurechtlegen ja ich würde euch raten vielleicht noch nicht zu viel selber zu machen sondern mir gerne die Rückmeldung geben was euch stört damit ich das ändern kann weil sonst müsst ihr natürlich bei jedem Update auch immer wieder alles neu übernehmen oder so wenn ihr jetzt alles völlig umstellt ihr haut die Grundwerte nach hier unten oder so keine Ahnung dann ist natürlich beim nächsten Update alles wieder da oben das macht natürlich keinen Sinn ansonsten könnt ihr natürlich bei so einem Update oder so könnt ihr alle Daten ja einfach übernehmen ja ihr kopiert einfach hier dann den kompletten Datenbereich die kompletten Daten oder Zeilen könnt ihr natürlich da messen das ist ja alles kein Problem und könnt diese dann einfach auch in die neue Tabelle dann rüber kopieren euer gesamtes Protokoll könnt ihr dann so rüber kopieren das ist alles möglich ohne dass es da dann Probleme gibt der Import wie gesagt kann man nicht mehr nutzen das ist jetzt auch überflüssig bei der Menge an Daten die ich da also ihr könnt euch vorstellen das ist nicht die einzige Datenbank ich hab ja hier Australien England und was weiß ich nicht was alles komplett durchgeguckt und das sind hier 6000 Datensätze oder so und das sind hier da sind auch schon einige raus das sind auch nochmal 7000 8000 Datensätze hier drin wenn du da jede einzelne Zeile durchgehst und dann rausstreichen muss was irgendwie doppelt ist weil viele Dinge sind auch einfach unnötig doppelt wie auch immer braucht ihr alles nicht griechischer Joghurt zum Beispiel fettfrei mit Vanille von Danone hier könnte man jedes Produkt nehmen was irgendwie da draußen zur Verfügung steht im Supermarkt aber das macht auch keinen Sinn ja also da nehme ich dann einfach griechischen Joghurt und wenn ich dann doch mal einen mit Vanille oder gezuckert esse packe ich dann nochmal 20 Gramm Zucker drin ja in meiner Tabelle hier also griechischer Joghurt plus 20 Gramm Zucker das reicht ja ihr müsst nicht das Produkt hundertprozentig genau haben ja ihr könnt das ihr könnt die Tabelle natürlich auch nutzen wenn ihr nicht ketogen seid ganz klar ihr könnt das ganze auch vegan vegetarisch nutzen die Tabelle ist für jedermann gedacht um zu gucken ob alles passt ja also ich kann jetzt natürlich auch wenn ich jetzt Linsen nehme Linsenroh zum Beispiel 314 dann esse ich meine 200 Gramm Linsen am Tag ich esse noch gekeimte Linsen dazu ja also selbst gekeimte Sachen sind hier ohne Ende drin gekeimt also Kichererbsen gekeimt hier Weizen gekeimt zum Beispiel also selbst wenn ihr Rohkost macht könnt ihr quasi alles hier so ein bisschen tracken und gucken ob euch irgendwas fehlt dann seht ihr schon okay hier Kalium na gut Vitamin A ist jetzt vielleicht noch nicht so drin dann nehme ich noch ein paar Karotten oder was auch immer Karottensaft oder Smoothie oder wie auch immer und kann mir das Ganze dann entsprechend so zusammenbasteln wie ich das möchte und kann dann gucken ob am Ende vielleicht wirklich noch irgendwas fehlt in meiner Ernährung was ich dann supplementieren sollte oder nicht je nachdem was ihr so beachten wollt so das dazu ja wenn euch wie gesagt irgendwas fehlt wenn euch irgendwas auffällt wenn irgendwas verbesserungswürdig ist schreibt es gerne unten rein einige Sachen kommen auf jeden Fall noch wie gesagt ich versuche das Ganze noch zu automatisieren dass hier zum Beispiel das Gewicht dass ihr das nur hier eintragen müsst dass das hier automatisch dann übernommen wird dass man hier nicht extra rein muss aber das sind nur Kleinigkeiten die eigentlich wie gesagt ich zeige euch mal ganz kurz wie ich jetzt damit morgens arbeite mein Workflow ist einfach dass ich hier morgens reingehe habe jetzt nach dem Aufstehen mein Gewicht genommen sage ich mal ich wiehe heute 63 Kilo das trage ich hier vorne einfach ein dann habe ich das schon mal vor Augen und fertig dann gehe ich ins Gewicht mache hier neue Zeile drunter zack ziehe das eben runter wenn es jetzt nicht hier schon gewesen wäre dann trage ich hier meine 63 ein und fertig das war das dann setze ich mich hier hin mit meinem Brustgurt nehme eben meine HRV-Daten mit meinem Handy auf analysiere das Ganze trage die dann hier unten ein in eine neue Zeile zack fangen wir hier an Pols war irgendwie 65 die anderen Daten und so weiter trage ich alles ein fertig dann nehme ich danach kurz meinen Blutdruck ebenfalls hier kurz eintragen gut ist und dann bin ich damit eigentlich in 2-3 Minuten durch das längste dauert natürlich die HRV-Messung selber aber das Eintragen geht wie ihr seht innerhalb von einer Sekunde so dann nehme ich mein erstes Frühstück nehme ich ein paar Eier mittlerweile weiß ich eben die ganzen Zahlen auswendig dann habe ich jetzt irgendwie 5 Eier genommen als Omelette zack 5 Eier fertig ja gut ist so dann nehme ich irgendwie was weiß ich nehme ich griechischen Joghurt oder so dann gehe ich hier mal kurz rein nehme ich den Joghurt 5 2 1 habe ich jetzt was weiß ich 200 Gramm oder 150 Gramm ist glaube ich so ein Becher genommen fertig so dann nehme ich irgendwie noch Spinat mit dabei wenn ich jetzt Gemüse essen würde 5 nach 2 300 Gramm Spinat oder ein paar Beeren Beerenmischungen zum Beispiel so eine fertige Beerenmischung die nehme ich eigentlich ganz gerne 250 Gramm und dann zu noch ein was nehmen wir denn Hackfleisch Hackfleisch vom Schwein 4 2 2 oder so 250 Gramm Hackfleisch so und dann bin ich eigentlich fertig mit meinem Tag wenn ich das so zusammengewürfelt habe und trage dann abends noch ein je nachdem was meine Uhr so anzeigt die zeigt mir jetzt an 1000 Kalorien noch durch Sport dann zeigt sie mir an 14.000 Schritte und ich schreibe hier hin 5 Kilometer 100 Meter schwimmen fertig das Ganze hat dann gedauert insgesamt 60 Minuten gehe ich dann abends eben wenn ich fertig bin mit dem ganzen Kram auf Protokoll kopiere das mache hier unten eben die neue Zeile füge das kurz ein und formatiert einfügen und das war es eigentlich schon dann lösche ich meinen Tag wieder und gut ist also ihr seht das hat jetzt nicht mal 2 Minuten gedauert das Ganze dann entsprechend einzutragen und so passt das dann und dann kann ich eben auf lange Zeit gucken okay da ist jetzt irgendwie läuft was aus dem Ruder ich werde auf einmal fetter woran kann das liegen ich habe wahrscheinlich zu viele Kalorien gegessen oder wie auch immer und ja das war es eigentlich damit den meisten Menschen soll es wirklich nur helfen eine Übersicht zu bekommen über so die Nährstoffe dass die sich auch nicht verrückt machen lassen weil viele kommen dann wie du isst gar kein Gemüse du kannst doch deine Nährstoffe nicht aufnehmen und so und dann sage ich eben hier natürlich kann ich das machen ich kann hier 5, 3, 1 weißt du ich esse 500 Gramm Hackfleisch am Tag dann nehme ich noch 103 dann esse ich irgendwie noch was weiß ich ich esse 10 Eier am Tag oder so weißt du und dann esse ich noch ein bisschen Shedder mit am Tag dabei das ist dann die 250 100 Gramm Shedder noch mit dabei wenn ich sehr viel Sport mache und so passt das dann eben und dann kann ich eben wirklich am Ende auch gucken was geht dann dann nehme ich noch ein paar Mandeln zum Beispiel esse ich auch immer ganz gerne 100 Gramm Mandeln dabei zack alles gut nichts mit Sorgen in irgendeiner Hinsicht alles gut läuft also so kann man das ganze machen ich hoffe euch gefällt es ansonsten schaut in die Videobeschreibung da findet ihr dann die Tabelle bei Digistore in der Tabelle selber also in der Datei selber findet ihr aber auch noch die andere Ernährungskontrolle also für Excel findet ihr das auch noch ja nur die Nährstoffdatenbank ist eben in der LibreOffice jetzt deutlich weiter als in der Excel Tabelle die Excel Tabelle könnt ihr nutzen die wird aber nicht mehr jetzt großartig erweitert weil ich eben bei LibreOffice dann deutlich besser arbeiten kann deutlich mehr Sachen drin habe und natürlich auch für verschiedene Systeme dann eben das ganze habe ihr müsst LibreOffice dann runterladen als neueste Version hier 6.irgendwas damit das funktioniert ihr müsst in den Einstellungen jedenfalls am Anfang dann eben hier dieses automatisch Bezüge erweitern rein machen damit das ganze passt und dann sollte das eigentlich funktionieren und wenn dann irgendwas noch nicht funktioniert dann schreibt es gerne nochmal rein dann können wir gucken woran das liegt ob da irgendwelche Einstellungen gemacht werden müssen oder nicht aber ansonsten soll das soweit erstmal passen so bei Sicherheit kann es sein dass ihr da auch noch Makrosicherheit oder so dann einstellen müsst dann könnt ihr auf Makrosicherheit und auf Niedrig einstellen damit hier dieses Löschen und so weiter funktioniert das kann auch sein also Makrosicherheit das sollte funktionieren und SDRG beim klicken halten um Hyperlinks zu folgen solche Sachen könnt ihr rausnehmen weil hier wenn ihr hier drauf klickt sonst müsstet ihr immer wieder SDRG dabei drücken und jetzt könnt ihr einfach die linke Maustaste drücken und hier navigieren müsst natürlich ein bisschen vorsichtig sein wenn ihr das an einem Arbeitsrechner macht und dann irgendwelche fremden LibreOffice oder OpenOffice Dateien öffnet das ist natürlich ein Sicherheitsfeature wo bei mir natürlich jetzt in der Tabelle nicht zu befürchten ist aber ihr müsst natürlich dann darauf achten dass das bei anderen Tabellen eben dass ihr da vorsichtig seid weil das natürlich dann hier ein bisschen störend ist wenn ich dann immer wieder die Steuerungstaste drücken muss ja das müsste es gewesen sein falls ich was vergessen habe einfach schreiben Wünsche Anregungen Kritiken alles unten rein ihr seht das Ganze ist eine ziemliche Arbeit auch die kompletten Listen wirklich durchzugehen zu sortieren und das war eine richtig krasse Arbeit also ich denke mal ihr könnt das würdigen wenn euch das nicht gefällt braucht ihr es ja auch nicht kaufen ihr könnt mich damit unterstützen wie gesagt die zukünftigen Updates sind alle frei alle Leute die auch die Excel Tabelle bis jetzt gekauft haben die können gerne schreiben und die LibreOffice Datei nutzen wenn irgendwas nicht klappen sollte Probleme auftreten per E-Mail einfach schreiben über die Homepage über das Impressum da findet ihr die E-Mail Adresse und könnt darüber einfach kurz schreiben das soll es gewesen sein bis zum nächsten Video bis dann bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video